Herzlich Willkommen beim Kaffeemann. Mein Name ist Bruno Trepp und ich bin der Inhaber der Kaffeewelt. Wir haben zwei Standorte. Einer ist in St. Gallen und einer ist in Caen bei Zug. Ich bitte euch gerne bei diesem Video etwas zeigen über meine Leidenschaft und Freude vom Kaffee. Eine Firma ist immer so gut wie sein Team. In diesem Zusammenhang unterstützen wir auch noch die Weiterbildung. Der Intermediate-Paris-Zerkurs ist bei uns eine Pflicht. Die Prüfung muss natürlich extern gemacht werden, das ist ihre Sache. Aber auch alle anderen Weiterbildungen im Zusammenhang mit Cavi unterstützen wir sehr gerne. Unser Ziel ist, dass der Kunde sich komplett aufgehoben fühlt. Das fängt an bei einer kompetenten Beratung von Maschinen, Müllern und Zubehörern von verschiedenen Marken. Es geht weiter über eine Schulung, vom Anfänger bis zum Profi. Und soll gleich einmal etwas sein mit eurem Gerät, können wir euch unterstützen mit einem hauseigenen Service, wo wir alle Siebträger machen können, von allen Marken. Aber auch Vollautomaten, wie zum Beispiel Jura, wo wir offizielle Servicestelle sind. Und solltet ihr mal ganz schnell und bequem gehen, könnt ihr jederzeit auf www.kaffeewelt.ch unser kompletter Sortiment auch Heimbesteller. Alle Bestellungen, die bis zum Viertel getätigt werden, gehen am gleichen Tag per Anpost raus. Und was wir am liebsten machen, ist, euch an unseren Kavi-Bar zu verwöhnen, mit einem absoluten, perfekten Espresso oder Cappuccino. Wir freuen uns auf euren Besuch. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auch. Und dann! Untertitelung. BR 2018